Hey Leute und herzlich willkommen bei Wissenswert, heute mit etwas YouTube über YouTube. Es ist wahrscheinlich die größte Schattenseite des Ruhms. Wer wirklich berühmt ist, wird überall wieder erkannt, immer gefilmt und schlimmer noch. Oft genug werden Prominente in der Öffentlichkeit schikaniert, genervt oder in den Dreck gezogen. Es ist also kein Wunder, dass Leute wie Crow oder Sia ihr Gesicht geheim halten. Und da YouTube inzwischen eine der größten Medienplattformen ist und Tag für Tag neue Stars und Promis zutage bringt, ist es auch kein Wunder, dass es viele YouTuber gibt, die ihr Gesicht nicht zeigen. Ein gutes Beispiel ist Own It Pranks. In den letzten Jahren sind die Pranks da auf YouTube ja enorm durch die Decke gegangen. Vor allem in den USA haben Leute wie BigDossTV oder Love unglaubliche Abo- und Viewzahlen. Own It Pranks ist zwar auch ein Prankstar und zwar einer der erfolgreichsten auf ganz YouTube, allerdings sind seine Pranks etwas anders. Alles was Own It Pranks macht, sind quasi Telefonstreiche. Diese sind allerdings genial und das nicht nur wegen der unfassbaren Wandelbarkeit der Stimme von Own It Pranks. Hallo? Kann ich mit Breonna sprechen? Das ist sie. Sind Sie mit einer Frau namens Cameron? Ich meine, ich habe mit ihr Jahre alt gesprochen. Ist das dein Freund, hast du einen Mann namens AJ? Ja. Ich glaube, dass AJ mit meiner Frau mit mir verbrannt hat. Wir leben in Missouri. Ich fühle mich. Ja, also haben sie sich in ein paar Jahren gesehen, oder? Nein, nein, nein. Aufgrund der Gemeinheiten, die er sich in manchen Pranks erlaubt, ist es wahrscheinlich vernünftig, dass Own It Pranks sein Gesicht nicht zeigt. Er hat immerhin mehr als 4 Millionen Abos. Aber auch in Deutschland gibt es YouTuber, die ihr Gesicht verschleiern. Einer davon ist German Let's Play. Er ist einer der beliebtesten deutschen Let's Player, aber statt seines Gesichtes kennen wir alle nur seine weiße Maske und seinen blau-schwarzen Pullover. Vor einiger Zeit brachte er sogar ein extrem kurzes Video mit dem Titel German Let's Play zeigt sein Gesicht. Zum Leidwesen seiner Fans war dies jedoch ein Scherz. Und noch ein deutscher Channel, hinter dem es kein eindeutiges Gesicht gibt, ist Made My Day. Made My Day hat sich in den letzten zwei Jahren als eine feste Größe im deutschen YouTube und auf Facebook etabliert. Allerdings weiß immer noch kein Mensch, wer oder was eigentlich hinter Made My Day steckt. Und möglicherweise ist das auch besser so. Obwohl die bisherigen Beispiele für YouTuber, die ihr Gesicht nicht zeigen, schon sehr populär waren, geht es noch größer. Zum Beispiel HowToBasic. Wahrscheinlich hast auch du schon mal eins der unglaublich unsinnigen, aber auch absolut unterhaltsamen HowToBasic-Videos gesehen. HowToBasic macht eigentlich nur Blödsinn. Das aber richtig erfolgreich, denn inzwischen hat HowToBasic an die 9 Millionen Abos. Ein letztes, etwas außergewöhnliches, aber auch sehr gutes Beispiel für einen YouTuber, der sein Gesicht nicht zeigt, ist TrapNation. Niemand weiß, wer oder was hinter TrapNation steckt. Und das ist auch logisch bei einem Channel, der sich nur um Musik dreht. Dennoch bleibt TrapNation ein Mysterium. Es gibt viele Verschwörungen, dass hinter TrapNation ein einzelner Hacker steckt, der irgendwie die Content-IDs von sämtlichen Songs crackt, um damit Menschen zu bestechen. Aber vielleicht verbirgt sich hinter TrapNation auch einfach nur ein Musik-Enthusiast, der zur richtigen Zeit die richtigen Songs uploadet. Mit 13 Millionen Abos und einem extrem steilen Wachstum hat sich TrapNation jedoch auch ohne sein Gesicht zu zeigen fest auf YouTube etabliert. Und fallen dir noch weitere Beispiele für YouTuber ein, die ihr Gesicht nicht zeigen? Wenn ja, schreibt es uns in den Kommentaren und wir machen dann daraus einen zweiten Teil zu diesem Video, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr neu bei Wissenswert seid, dann abonniert, um weitere Videos in dieser Art und anderen Content gemäß unserem Channel-Namen zu sehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Ach und zu guter Letzt, Leute, folgt uns bei Instagram, at wissenswertytv. Und wir sehen uns bei YouTube.